Willkommen zum Auswertungsvideo des 30-Oponenten-Specials. Ihr durftet ja abstimmen, was ich zuerst jetzt playen soll, was als zweites, was als letztes. Eine Woche hatte ich jetzt Zeit, um abzustimmen. Eigentlich sollte das Auswertungsvideo ja gestern kommen, aber ich war weg. Ich war halt bei Besuch, meine Eltern haben gesagt, ich soll mitkommen. Ja, jedenfalls war ich gestern weg, hatte keine Zeit. Ich kam erst nachts wieder, von daher, naja. Ja, erster ist geworden Super Mario 64, war auch irgendwie klar, wer die Kommentare gelesen hat. Aber es wurden auch Stimme, was mir was abgegeben. Zweiter ist Anfer Mario und dritter Mario Ligi Superstasaga. Das hat mich aber etwas überrascht. Da dachte ich schon, dass Mario Ligi Superstasaga etwas höher geht. Naja, egal, ihr habt ja abgestimmt und ich werde dann die Spiele in dieser Reihenfolge let's playen. Danke, dass ihr abgestimmt habt, war echt cool. Und ich möchte mich nochmal ganz großen Dank aussprechen, dass ich 30 Abonnenten erreicht habe. Dann, bis zum nächsten Video. Super Mario 64 wird starten, wenn Super Mario Bros. 3 beendet ist. Dauert auch nicht mehr so lange. Aber eins muss ich noch sagen, der letzte Part geht 40 Minuten, weil ich das letzte Level einfach nicht geschafft habe. Egal, dann, bis zum nächsten Video. Tschüss.